Kapitel 54 Harry saß auf dem Boden zwischen Dracos Beinen und beobachtete Victoria beim Spielen mit Lyssa. Da keiner den Schlangen traute und sie sich auch nicht mit ihnen verständigen konnten, war es Victoria seit einer Woche nicht erlaubt gewesen, mit Lyssa zu spielen. Sie kicherte und war offensichtlich glücklich, ihre Spielgefährtin wiederzuhaben. Harry war einfach glücklich, sich entspannen zu können. Er hatte seinen Kopf zur Seite gelegt, um nach hinten zu Draco zu blicken, der im Stuhl hinter ihm saß. »Was machst du?« fragte er neugierig. »Unterhalte mich mit Granger«, antwortete Draco abwesend, während er sich mit seinem Armband beschäftigte. Harrys Brauen hoben sich, aber Draco hatte seine Verwunderung gar nicht bemerkt, deswegen warf Harry Blaze einen fragenden Blick zu. Blaze saß bequem in einem der Sessel im Wohnzimmer und beobachtete alles belustigt und zuckte zur Antwort nur mit seiner Schulter, zum Zeichen, dass er auch keine Ahnung hatte, was Draco da machte. Harrys Blick schweifte zu Crabbe und Goyle auf der anderen Seite des Zimmers, die ruhig miteinander Schach spielten. Sie hatten sicherlich gar keine Ahnung, warum Draco sich mit Hermine unterhielt. »Sie sind hier, weil sie nirgendwo anders hin können«, flüsterte ihm Blaze leise zu. Harry brauchte etwas, um seine Gedankengänge zu wechseln. »Nirgends sicher?« fragte er verständnisvoll. »Sie haben sich gegen ihre Familie gestellt«, meinte Blaze nur. Harry blickte Blaze scharf an. »Warum bist du dann hier?« »Ich bin nur zu Besuch. Meine Mutter ist in Sicherheit. Ich war daheim, um nach ihr zu sehen, doch dann bin ich wieder hierher gekommen, um zu helfen.« »Helfen? Bei was?« fragte Harry neugierig. Er hatte keine Ahnung, was alles in der vergangenen Woche seiner Abwesenheit geschehen war. »Ich habe Lupin geholfen«, gestand Blaze verlegen lächelnd. Harrys Brauen hoben sich vor Verwunderung. »Du warst im Krankenflügel, die anderen im Ministerium. Alles Lizawans hier.« Lupin hat sich selbst aufgerieben, versuchte, überall gleichzeitig zu sein. Reporter, Beamte, Eulen. Es war eine verrückte Woche. »Oh«, sagte Harry und fühlte sich plötzlich schuldig, auch wenn er nichts dagegen hätte unternehmen können. »Ich habe Lupin geholfen, alle zurück nach Hause zu bringen und geholfen, den einzelnen Familien alles zu erklären. Wir haben auch Victoria gepackt und sie zu den Weasleys gebracht.« »Warst du selbst oft dort?« Blaze grinste. »Ja, Ginny und ich sind zusammen. Aber nein, ich war nicht sehr oft dort, nur ein paar Mal, weil Draco darauf bestand, ihnen zu berichten, wie sie Victoria behandelten.« Harry schüttelte ungläubig seinen Kopf, nicht überrascht. Remus hatte gesagt, dass es Narzissas Idee gewesen war, dass Victoria bei den Weasleys bleiben sollte, nicht Dracos. »Den Großteil der Zeit war ich hier mit Crabbe und Goyle und wir haben die ankommende Post sortiert,« sagte Blaze. Er blickte Harry verschlagen an. »Dir wurden übrigens einige interessante Heiratsanträge zugesandt.« Harry grinste, als Dracos Finger durch seine Haare kämpften. Anscheinend hörte er mit einem Ohr zu. »Ich habe sie bereits verbrannt,« sagte Draco gedehnt. Harry legte einen unschuldigen Blick auf und drehte seinen Kopf, um Draco von unten herauf anzusehen. »Was, wenn ich sie lesen wollte?«, fragte er unschuldig. Dracos Beine schlossen sich plötzlich um seine Brust und hielten ihn gefangen. »Lies einen Hochzeitsantrag, und ich werde dich an deine Schlangen verfüttern.« Harry fing an zu lachen. »Du bist aus der Übung, Draco, deine Drohungen waren schon mal besser.« Draco sah ihn finster an. »Es war einfacher, als ich dich einfach nur verletzen wollte. Meine sonstigen Drohungen wirken nicht mehr, weil, wenn ich dich verletzen würde, ich mich selbst damit bestrafen würde.« »Bon, armer Draco,« sagte Harry mitleidig. »Kannst zusehen, ob ich deine Freunde wieder hierher einlade.« Harry blinzelte vor Verwunderung, drehte sich auf seine Knie, so dass er Draco richtig sehen konnte. »Hast du deshalb mit Hermine gesprochen?« »Ja, und sie wissen lassen, dass du endlich aufgewacht bist.« Harry zuckte zusammen. Er hatte noch nicht daran gedacht, seinen Freunden Bescheid zu geben. Er war zwar seit einigen Stunden wach, doch er glaubte nicht, dass Hermine das als gute Entschuldigung gelten lassen würde. »Ich schätze, sie war nicht gut auf mich zu sprechen. Nicht im Geringsten, nein. Deine schlechten Gewohnheiten lassen mich allerdings in einem besseren Licht dastehen.« Harry starrte ihn an, unsicher, was er dazu sagen sollte. »Ist das gut?« »Ist es. Für dich.« »Mir persönlich ist es nicht wichtig, bei Granger gut dazustehen.« Harry bewegte sich, so dass er auf Dracos Schoß saß und belohnte ihn mit einem fröhlichen Kuss. »Harry!« Erschrocken von Hermines glücklichem Ausruf, zog sich Harry zurück und ließ Draco vor Frust aufstöhnen. »Macht ihr beiden nie eine Pause?« »Fragte Ginny neugierig und ließ sich auf die Kante von Blaze Sessel fallen.« »Wir hatten gerade erst begonnen. Ich hatte nicht erwartet, dass sie urplötzlich hier auftaucht.« »Die Wunder der Magie«, wies ihn Ginny fröhlich hin, als Blaze sie auf seinen Schoß zog. »Wie seid ihr hergekommen?« »Durch das Floh-Netzwerk«, antwortete Ginny. Harry blickte sie finster an. »Das hatte ich nicht gemeint. Wer hat euch hier eingelassen?« »Lupin hatte am Wochenende Snape überredet, die Schilde zu ändern«, sagte Blaze. »Wir hatten nur darauf gewartet, dass du aufwachst«, sagte Hermine. »Lupin war in der Küche, als wir ankamen, und er hat uns hier hochgeschickt.« »Oh, ähm, schön, dass ihr da seid.« Er sah zu Ron. Sein armer Freund wusste nicht, wohin er blicken sollte, nachdem er einen resignierten Blick zu Harry und Draco geworfen hatte und einen verärgerten Blick zu Ginny und Blaze. Offensichtlich gab es diesbezüglich seit letzter Woche einige Probleme. Ein verwunderter, aber auch irgendwie entsetzter Blick blieb bei Crabbe und Goyle hängen, als er sie Schach spielen sah. Von einem überraschten Blick von der nackten Wand, wo der Familienstammbaum der Blecks gehangen hatte, fiel sein nervöser Blick zu Lissa, die immer noch mit Victoria spielte. Seine Augen blickten ständig im Raum herum und nahmen die Änderung auf, seitdem er das letzte Mal hier war. Hermine setzte sich in einen der Sessel und nahm ebenfalls ihre Umgebung auf, obwohl sie es schneller hinter sich brachte. »Harry, wie fühlst du dich? Du siehst viel besser aus.« »Ich fühle mich großartig«, sagte Harry grinsend und küsste Draco kurz auf den Mund, bevor er sich wieder auf den Boden gleiten ließ, um vor dessen Beinen zu sitzen. Auf Dracos Schoß sitzen zu bleiben, bei so viel Gesellschaft, war keine gute Idee. »Bist du dir sicher, dass wir im Grimmelplatz sind?« sprudelte es plötzlich aus Ron. »Was ist das denn für eine blöde Frage?« erwiderte Draco. »Du würdest es nicht für eine dumme Frage halten, wenn du diesen Ort früher gesehen hättest«, sagte Harry. Ron leistete Harry auf dem Boden Gesellschaft und setzte sich vor Hermine. »Ich schätze, die Größe und die Anzahl der Zimmer sind die gleichen. Das ist aber auch die einzige Ähnlichkeit, die ich wiedererkenne.« »War es denn dermaßen anders?« fragte Blaze zweifelnd. »Ja«, antworteten Harry, Ron, Hermine und Ginny einstimmig. Harry erwischte die erschrockenden Blicke von Crabbe und Coyle und deutete ihn an, sich zu ihnen zu setzen, sehr zur Verwunderung aller anderen. Es kam ihm nicht richtig vor, dass sie ausgeschlossen wurden. Sie zogen ihre eigenen Stühle hinzu und schlossen den Kreis. »Lissa, bring Victoria zurück«, zischte Harry. »Ja, Meister!« Er sah der geraden limongrünen Schlange zu, wie sie in einem Kreis um Victoria glitt, bevor sie sich in Richtung Harry bewegte. Das Wohnzimmer war nicht genauso Victoria sicher wie das Kinderzimmer. Ron stand abrupt auf und schnappte sich einen anderen Stuhl. Harry grinste ihn nur an, bevor er wieder die Schlange und das Baby beobachtete. »Bleibt in diesem Bereich«, zischte er. »Ich kann nicht auf sie aufpassen, wenn sie hinter jedem ist.« »Mensch, haben wir es gemütlich«, sagte Draco und klang nur leicht angewidert. Harry entschied sich nicht zuzugeben, dass er sich ziemlich wohl fühlte, insbesondere deswegen, weil Draco mit seinen Fingern durch seine Haare kämmte und zärtlich seinen Schädel massierte. Meistens merkte er nicht, dass er das tat, aber es half Harry auf alle Fälle, sich inmitten der merkwürdigen Gruppe, in welchen sie sich plötzlich wiedergefunden hatten, entspannt zu fühlen. Hermine räusperte sich. »Das Haus sieht wirklich anders aus«, bemerkte sie und kam wieder zu ihrer ursprünglichen Diskussion zurück. Ron schnaubte. »Ja, keine Elfenköpfe, keine Trollbeine, keine Mrs. Black«, fügte er hinzu. Automatisch ging Rons, Hermines und Genies Blick zur nackten Wand, wo der Wandteppich mit dem Familienstammbaum gehangen war, als ob es in die gleiche Gruppe gehören würde. »Wie hast du sie herunterbekommen? Wir hatten alles probiert.« »Ich, ähm, hab sie getötet«, gab Harry widerwillig zu. »Du hast sie getötet?«, fragte Ginny, als ob sie ihn falsch gehört hätte. »Äh, ja.« Harry erklärte ihnen, was mit dem Porträt passiert war, und Hermine wirkte bei jedem weiteren Satz entsetzter. »Also hast du das Gleiche mit dem Wandteppich gemacht?«, fragte Ron mit verzogenem Gesicht. Harry blickte zurück zu Draco. »Was, Malfoy?« »Nein, ich war es, aber mit Dracos Stab.« »Deswegen wusstest du, dass du seinen Stab gegen Voldemort einsetzen kannst«, rief Hermine verstehend, auch wenn sie immer noch nachdenklich aussah. »Ja.« »Was ist mit dem Rest des Hauses?«, fragte Ginny und wechselte das Thema, bevor Hermine noch etwas einfiel. »Jetzt ist es verdammt gemütlich hier.« »Jetzt ist es auch verständlicher, warum du es zu Hause nennst«, gestand Hermine. Harry zuckte mit den Schultern. Winky hat das meiste davon gemacht, und einiges wurde neu gekauft. Ironischerweise glaube ich, dass einige Möbel Narzissa gehören. Ein anderer Zweig der Black-Familie, aber sie hat einige Erbstücke hierher mitgebracht. »Ich hatte nicht gedacht, dass du es merken würdest«, sagte Draco überrascht. »Ich hatte den allen nicht viel Beachtung geschenkt, aber ich weiß, dass einiges von den Dingen vorher nicht hier war. Die Tische sind nicht die gleichen wie am Anfang, und das neue Besteck mit dem bläckischen Wappen war schwer zu übersehen. Wie ich deine Mutter kenne, stufe ich das alles als irgendwelche Familientradition ein.« Draco gluckste. »Wahrscheinlich«, stimmte er zu. »Werden du und deine Eltern jetzt wieder ins Meffor-Männer ziehen?«, fragte Hermine Draco. Harry blinzelte und drehte sich seitlich, um Draco anzusehen. »Stimmt, das könnte jetzt.« »Noch nicht.« »Das Manner war das ganze letzte Jahr über von Voldemort und seinen Anhängern besetzt gewesen. Das Ministerium muss erst alles sicherstellen und untersuchen, bevor es uns erlaubt sein wird, zurückzukehren.« Harry starrte ihn an, unsicher, ob Draco auf Voldemort das Ministerium oder beide wütend war. Hatte Draco Angst, zurück in sein Heim zu kehren? Harry hatte vergessen, dass das ganze Arrangement am Grimmelplatz nur vorübergehend war. Severus hatte erwähnt, dass er auch ein Haus hatte und vor dem Sommer hatte Remus auch irgendwo anders gelebt. Draco wütete wegen dem Ministerium und Voldemort und Harry erkannte, wie viel das Manner Draco bedeutete. Harry hat erst neulich den Grimmelplatz als sein Zuhause erhalten, doch das Manner war schon immer Dracos Heim gewesen. Harry wollte nach der Schule nicht unbedingt dort leben, aber er würde es bestimmt respektieren, wenn Draco das wollen würde. Kingsley wird sein Bestes tun, um sicherzustellen, dass alles so schnell wie möglich erledigt wird, beschwichtigte er Draco, als dieser in seiner Wut-Triade eine Pause einlegte. Es tut mir leid, dass es nicht geklärt sein wird, bevor wir nach Hogwarts gehen, aber ich schätze, wir werden unsere Ferien dort verbringen können. Kann man nicht noch begeisterter sein als du? fragte Draco sarkastisch. Entschuldigung, nein, es klingt gut, sagte Harry hastig und versuchte etwas Begeisterung in seine Stimme zu legen. Ich bin neugierig, mehr über dein Zuhause zu erfahren, sehen, wo du aufgewachsen bist. Beim letzten Mal, als ich dort war, hatte ich keine Gelegenheit, mich umzusehen. Ähm, du willst wirklich ins Malfour Manor mit dem Kerl ziehen? fragte Ron. Es ist Dracos Zuhause, Ron, antwortete Harry und seine Augen blitzten Warnen zu Ron. Mir wurde es zwar nicht angeboten, aber wenn, dann hätte ich auch kein Problem, dort zu leben. Er traute sich nicht mehr zu sagen, weil sich dieses Thema ungut weiterentwickeln könnte, solange Draco und Ron beleidigt waren. Außerdem wusste er nicht, wie Draco reagieren würde, wenn man etwas gegen das Männer sagen würde. Ron ignorierte seine Warnung oder bemerkte sie nicht. Hattest du aber nicht gesagt, dass das hier dein Zuhause wäre? Es ist weltenbesser, als es zuvor war, und ich nahm an, dass du jetzt hier leben würdest. Dracos Finger hörten auf in ihrer streichelnden Bewegung, und Harry konnte die Spannung, die von ihm ausging, spüren. Äh, hier ist es nett, lenkte Harry ein und war zwischen Ron und Draco gefangen. Harry wusste, dass auch Draco inzwischen klar geworden sein musste, dass es ihn selbst nicht genauso begeisterte, mit ihm ins Männer zu ziehen, und Harry wollte nicht, dass dieses Thema zwischen ihnen aufkam. Aber er wollte Ron auch nicht anlügen, der ganz genau wusste, wie viel es Harry bedeutete, endlich ein Zuhause zu haben. Es ist doch nicht wie ein richtiges Zuhause. Ich habe hier gelebt, eigentlich nur einen Monat oder so. Es war der sicherste Ort den Sommer über. Jetzt können wir überall leben, dort, wo es uns gefällt. Und du suchst dir dafür das Mäfer Männer aus, wo du weißt schon, wer gelebt hat? Ron, zischte Hermine und stieß ihren Freund fest mit ihren Ellenbogen an, um ihn abzulenken. »Lass es!« »Was lassen? Ich frag Harry doch nur, warum er nicht mehr hier leben will.« Hermine blickte Harry verständig und mitleidig an. Jenny funkelte Ron an und Blaise Gesicht war ausdruckslos, ohne Emotionen. Doch seine Augen waren auf Draco gerichtet. Grab und Goyle hatten ebenfalls ausdruckslose Gesichter. Aber Harry war sich nicht sicher, ob es beabsichtigt war. Sie schien genauso unbedarf wie Ron, warum es bei der Umstimmigkeit zwischen Harry und Draco ging, etwas, das Harry verzweifelt vermeiden wollte. Er fürchtete sich, zu Draco zu blicken. Als die Stille nicht mehr auszuhalten war, legte er seinen Kopf auf die Seite und sah Draco durch seine Fransen an. Draco war starr und sein Kiefer war aufeinandergepresst. »Draco, es macht mir wirklich nichts aus, wenn wir im Elfer Manor leben würden. Man würde mich für einen selbstsüchtigen Mistkerl halten, wenn ich darauf bestehen würde, dort zu leben,« sagte Draco durch seine zusammengebissenen Zähne. »Das Manor war schon immer dein Zuhause, und es ist nicht selbstsüchtig, dorthin zurückzugehen und es wieder in Besitz zu nehmen. Es ist nicht selbstsüchtig, dass du willst, dass Victoria auf ihrem Grund aufwächst. Und was hast du davon, Harry?« »Warum ist das hier ein Zuhause, Draco? Weil du hier bist und Victoria, weil Severus und Remus hier sind. Aber sie werden fortgehen, und deine Eltern werden zurück zum Männer gehen. Für jemanden, der alles hat, verlierst du eine Menge.« Harry blies sich die Strähnen aus seinen Augen. »Was zum Teufel sollte er dazu sagen? Er hatte gerade eine Familie und ein Zuhause gefunden. Er würde es vermissen, dass sie nicht mehr alle zusammenbleiben. Verwunderlich, wie es war, er würde sogar Grimmelplatz vermissen. Es wäre wundervoll, wenn sie alle weiterhin hier leben würden, aber das war nicht realistisch. »Wenn ich mit dir gehe, dann verliere ich nicht,« sagte er schließlich. »Ich will nicht, dass du mir vorwürfst, dass ich dich gezwungen habe, anstatt hier im Haus zu leben,« sagte Draco und funkelte ihn an. »Ihr beiden müsst doch jetzt keine Entscheidung darüber treffen,« mischte sich Hermine leise ein. »Du hast gesagt, dass sie das Männer nicht geräumt haben werden, bevor die Schule in Hogwarts anfängt,« fügte Ginny hinzu. »Ihr habt noch Monate, um zu entscheiden, wo ihr eure Weihnachtsferien verbringen wollt, und wo ihr leben wollt, wenn ihr die Schule verlasst. Sie sind immer noch mit den Todesserprozessen beschäftigt und der Säuberung nach dem Kampf. Es wird noch eine Weile dauern,« sagte Hermine. Harry stürzte sich auf das neue Thema. »Erzählt mir von dem Kampf. Ich weiß, dass alle erfolgreich die Dementoren abgewehrt hatten, soweit ich das sehen und spüren konnte, aber ich weiß nicht sehr viel mehr. Ich weiß nicht genau, was er vorhat, aber du darfst dich freuen, dass Shacklebote endlich beabsichtigt, etwas gegen die Dementoren zu unternehmen. Wir haben jetzt einen Minister, der endlich Dumbledores Rat befolgen wird.« »Gut. War einer von euch verletzt? Ich weiß, dass es Severus war, aber er scheint wieder in Ordnung zu sein.« »Blaze und ich schafften es, mit Fred und George zusammen die ganze Zeit versteckt zu bleiben. Es war am Anfang entsetzlich, nur zu warten, aber dann hatten wir so viel zu tun, dass wir keine Zeit hatten, etwas anderes zu sehen,« erzählte Ginny. »Ron wurde verletzt,« sagte Hermine. Ron wurde rot. »Wir müssen nicht darüber reden,« murmelte er. »Was war passiert?« »Er hat sich zwischen mich und einen auf mich gerichteten Fluch gestellt,« sagte Hermine und blickte Ron stolz an. Harry blickte neugierig zwischen den beiden hin und her. Etwas war komisch in ihrem Verhalten. Ginny gab ein Geräusch von sich, und Harry blickte zu ihr und Blaze hinüber und sah, dass die beiden ihr Gelächter unterdrückten. »Ron?« »Es war nichts,« bekräftigte er. »Es war schon was. Du hast mich beschützt.« Er wurde von einem ziemlich hässlichen Abtrennfluch getroffen, erbarmte sich Ginny. Aber das Schlimmste an seiner Verletzung war, als er hinfiel und es schaffte, sich selbst auszuschalten, als er mit seinem Kopf auf einen Felsen aufschlug. »Das war nicht lustig,« schnappte Hermine. »Nicht zu der Zeit,« stimmte Ginny zu. »Aber jetzt müssen wir uns doch fragen, wie nah Ron tatsächlich mit Tonks verwandt ist.« Harry erlaubte sich ein Grinsen, als Ron verlegen lächelte. »Zumindest wurde ich von keinem Gehirn angegriffen.« »Ich finde, du warst großartig,« fand Hermine, lehnte sich vor, um ihn auf die Wange zu küssen. »Glück für Hermine, dass du auf sie aufgepasst hast, Ron,« sagte Harry. Ron schaffte es, zugleich verlegen als auch unglaublich zufrieden auszusehen. Harry begriff jetzt, was Ginny und Blaze so lustig fanden. Hermines Schwärmerei und Rons Reaktion darauf. Harry war nicht glücklich, dass Ron verletzt worden war, aber er war froh zu erleben, wie sich seine Freunde deswegen näher kamen. Ron war nun mal Hermines Held.